Ja, hallo Leute, willkommen zum 49. Part von Let's Play The Legend of Zelda Ocarina of Time Master Quest. Ja, mein Kollege, der ist gerade essen und ich hab das hier schon mal vorgemacht, weil ich wollte euch das echt nicht antun. Ich bin zum Hylia-See gegangen, hab mir die Vogelscheuche geholt, trotzdem hat das alles nichts gebracht und nachher hab ich herausgestellt, dass ich hier so eine Kombination machen muss, also das Liedspielen und sowas, alles, blablabla. Das wollte ich euch echt nicht antun, hat bestimmt eine halbe Stunde oder so gedauert. Nein, ähm, da lang. Also ja, mein Kollege, der kommt bestimmt gleich, wenn nicht, ist auch kein Problem. Oh, was haben die denn für... Oh, what the fuck? Hä? Versteh ich nicht, was war das jetzt? Alter! Die sind ja voll auf Droge. Krokokrieger! Kämpfer, ne, Kämpfer waren das. Kriege ich hier etwa das Lichtschild oder was? Sieht so aus, ne? What the fuck? Was war das denn für ein Fehler? Ups. Oh, irgendwie wusste ich, dass sowas passiert. Blue! Geht doch. Und? Was ist passiert? Ist hier irgendwas? Da ist ein Licht. Das muss ich, glaube ich. Da, 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 da. Da, 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 da. Da, 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 da. Hä? What the fuck? Ups. Okay. Hab ich schon mal vor. Weg gemacht. Und? Was ist hier? Hä? What the? Kaputt? Ja, Mann! Jetzt bin ich froh. Energy! Ich brauch Energie! Energie! Woa, Armorkrieger! Einer, okay. What the fuck? Okay, los. Oh, das war... Kein Fehler. Yes. Zack. Brenn, Brenn! Und? Was ist hier? What the fuck? Und hier kriege ich das Schild. Denk ich mal. Ja, das Spiegelschild. Mirroor. Okay, ähm... Okay, ähm... Lass mal anziehen. Also, das finde ich irgendwie sieht scheiße aus. Bei Ocarina of Time sieht das viel besser aus. Mit dem Mond und dem Stern und sowas. Keine Ahnung. Finde ich einfach besser bei Ocarina of Time. Naja, egal. Ändert ja auch nichts an. Wir sind komplett in Rot. Das finde ich voll toll. Oh, jetzt muss ich sie wieder töten. Oh, Mann! Boah, ey. Ey, ich hasse diese Koko-Kampfer. Alter, was will der von mir? Das geht doch kaputt, mein Gott! Ja, Mann. So, und jetzt können wir... Weißt du, so Spiegeln, so. Und jetzt müssen wir das hier weg. Warte, warte, warte. Oder? Boah, die Sonne sieht so hässlich aus. Alter, Opa. So mit Falten und sowas. Da da, da. Da da, da. Oh mein Gott Verdammte Scheiße What? Scheiß Mumie Die will mich wieder durchnehmen Ja man, sogar mit Energie oben Das sieht geil aus Wenn wir den Master-Schlüssel kriegen Das kommt voll cool und so Yeah, ein Energie-Bottle erhalten Oh, jetzt kommen wieder diese Kroko-Campfeile Voll kein Bock Ich ignoriere euch einfach Eiskalt Nein Nein Habe ich etwas falsch gemacht? Okay Leute, ihr müsst das jetzt miterleben Ich hoffe, ihr habt es richtig Oh, ne, ich glaube, ich habe es falsch gemacht Oder? What the fuck? Oh, passiert nichts Boah, wie mich das Lied aufregt, ey Das Kroko klingt so nach unten What the fuck? Was ist da? So, und so habe ich es halt gemacht Aber hat länger gedauert Ich hoffe jetzt Ich glaube, ich habe da irgendwas vergessen In diesem Raum Deswegen gucke ich da nochmal nach Oder? Nö Oh, verdammt Habe ich alles umsonst gemacht Alles umsonst gemacht Ah, super Ah, super Ah, wieder Zwei Minuten oder so Verschenkt, ey Naja, wenigstens habt ihr gesehen Wie ich das gemacht habe Och, nö Alter, was ist los? Und nicht runterfallen Oh, mein Gott Der Thomas ist wieder da Oder? Thomas? Ja Ja, Leute Der Thomas ist wieder da Ich nehme gerade Ja Ich habe das Lichtschild bekommen Lichtschild? Ja, Mann Achso, du bist weiter? Ja Auf jeden Fall Schick dir mal Okay, sag Was? Nee, nee, sag du Was wolltest du sagen? Guck dir mal den Link Am Ende des Parts an Ich musste mal was lustiges zeigen Okay Auf jeden Fall Hä? Okay, ja, ich mag schon sagen Nee, ich habe es vergessen Bombs Bombs Ja Ich komme gerade voll durcheinander Alles deine Schuld Ja Und Thomas Mama oder so Oh Mann Voll kein Bock Auf den Part Oder den Tempel, ja gesagt Stirb, ey Stirb, ey Kleiner Arschkriecher Oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann, ey Ich komme voll durcheinander, ey Ach, der Tempel, ey Da macht mein Kopf so kaputt, ey Oh, warum habe ich nicht gleich da rein gedacht Verdammt Verdammt Mann Ja, Mann Ja, Mann Und Ja Boah, hatte ich Glück, ey Ich bin weiter Thomas, bist du wieder da? Ja Okay Thomas ist wieder da, Leute Boah, dieses scheiß Fass Wee Listen Watch for the shadows of the monster Ja, Schatten der Kreaturen, die da an der Decke hängen Kenn ich schon mal Knochenkrieger Ich hasse diese Knochenkrieger Jetzt aber komm Stirb Jetzt muss ich wetten, noch Dingens Diese Schatten der Kreaturen töten Diese dumme Hand Nicht abhauen Du bist böse Verdammt Scheiß Tastatur Alter Und jetzt aber Der muss es sein Alter, warum geht das nicht? Ups Komm runter Du hässliches Vieh Zwei? Oh mein Gott Höh? Ah ja Und, was passiert? Ah, okay So Und jetzt runter Wuhu Ja Wir sind hier angekommen Yippie Und so Aber Leute Der Part ist vorbei Und so Und sagt Tschüss Und das heißt Du kannst jetzt meinen Link angucken Ja man, dein Link Und sagt Tschüss 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 Sch Tschüss Tschüss Tschüss